Ich glaube, das wird nicht einfach werden. Das wird fix nicht einfach werden. Wow! Violett. Haben wir noch nie gehabt. Über Schallfäuste. Na, bestonarisch. Ja, da muss ich aber gleich hinschauen. Über Schallfäuste. Ist aber nicht. Ist aber nicht. Gleich mal genau hinschauen. Vielleicht finden wir noch Akkorten. Das wärs jetzt ein bisschen narrisch. Aber jetzt wird fix ein finaler Kampf kommen. Er hat sich eh auch schon ein bisschen ankündigt. Schauen wir mich noch ganz kurz um. Ganz kurz schauen wir sich da noch um, weil... Haben wir auch gefickt so. Machen wir lieber mal die Modifikationen. Machen wir das immer lieber. Und dann schauen wir sich die anderen Sachen an. Ja, mehr ist sowieso nur 7, ne? Ah, bei Runde, P... Ah, physischer... Machen wir physischer Abwehr. Ah, meine Güte. Schauen wir da noch. Ich glaube, da können wir sowieso nur vom Ersten an's nehmen. Ja, sowieso. Ah, magische Abwehr. Wow. Zwar jetzt nicht viel, aber immer in etwas. Dann wird sie trotzdem dabei noch nix bringen. Ja. Cool. 35, 31. Ja, ein bisschen schauen. Und da wärs. Dann wärs perfekt. Sturmgewehr! 7, also sogar. Haben wir beim Ersten schon. Beim Ersten haben wir schon alles gekauft. Brav. Das ist ein guter Erfolg. Beim Blocken... Dann nehm ich... Ja, dann nehm wir lieber das Blocken. Nehm wir lieber das Blocken. Nehm wir lieber das Blocken. Kurz schauen. Ja, da ist definitiv das... Naja, da ist das Sturmgewehr definitiv vom Geileren. Ach. Vier von dir. Bitte. Und... Rückwärts halt. Woah. Geile Attacke. Sicher. Geile Attacke. Aber ich geh mal eins nach der anderen. Ah. Da haben wir das dritte hier noch gar nicht freigeschalten. Wahnsinn. Dann schau ich mal das gleich mal ja. Allein schon. TP. Hm. Hm. TP kennen uns. Und das wars schon. Ach du Scheiße. Ja. Boah. Passt den Fessel. 3,40. 2,20. Da haben wir 66. Und wir können noch was zusätzliches kaufen. Zwar mit 7 aber das ist immerhin etwas. Schaden durch Hinterhalt. Nein. Würde ich jetzt mal Neid nehmen. Sprungangriff. Effekt auch von positiven Zustandsveränderungen. Ja. Ja. Würde ich mal sagen. Sprungangriff. Aber das würde mich jetzt ein bisschen mehr interessieren. In was in die Richtung gehen würde. Ich würde sogar sagen mehr in das. Magische. Definitiv mehr ins magische würde ich sogar fast behaupten. Also Schnelligkeit mal ist sehr gut. Ja. 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 Da sieht man das eh schon. Da sieht man das eh schon. Feuerelemente. Aha. Gehen wir mal eins weiter. MP-Schnelligkeit ist sowieso mal safe. Physische Attacken ist mal safe. Hm. Da wäre am besten genau das was ich halt gehabt habe. Also hab. Wäre genau am besten. Magische Attacken ist auch sehr wichtig bei denen. Ja. Dann würde ich sagen magische Attacken auch zusätzlich. Also da geht es definitiv mehr in die Magie. Und da würde sich es eh definitiv mehr auszahlen wenn ich halt das. Nehm. Was ich zum Beispiel hab. Aber da ist ja sowieso noch einmal was weiter gegangen. Wie zum Beispiel. MP-Boost. Wäre sowieso safe. Da würde ich es fast. Aber das ist jetzt eigentlich in dem Fall wurscht. Daweil ist es wurscht. Weil bei Tifa sind wir sowieso auf Angriff aus. Da schaut es nicht überhaupt bei Cloud aus. Ach der Scheiße. Das wird 2500er. Da weiß ich eh wie lange du das spielst bist ey. Pfff. Kein bisschen da rein. Kein bisschen sehr lang da rein. Kampfberichte. Analyse vom Shop Phänomen. Analyse zum Shop Phänomen. Analyse zum Shop Phänomen. Na schau. 15 von 15. Perfekt. Perfekt. Na ja. Sollte man sich vielleicht irgendwas nehmen. Oh. Ah nein. Was ist gebraucht. Definitiv. Man kann ja nie wissen was dann als nächstes wieder kommt. Ah nein. Hey. Wieder 100.000 Supertränken. Hauptsache also mal über die 2000. Das ist mal ganz wichtig. Passt. So einmal noch. Einmal geht es noch. Und dann als nächstes ist hinter der Wahl. Also hinter der Türke mal wieder die nächste Bank. Ah ja. Ich mein Glück. Ich könnte er zeigen. Wegen der Saboteure fehlen uns notwendige Teile. Bitte umgehender Ersatz aus Ebene B5. Hmmm. Da haben wir schon einen Schlüssel. Perfekt. So Jungs. Na. Wie geht es denn so. Wollen wir mal den ersten da. Ersten Mixer. Oh. Ich bin ein Mistkerl oder was. Okay. Bitte. Wow. Das war nicht schlecht. Ah. Da haben wir sogar zwei. Ruhe zu wissen. Ruhe zu wissen. Ruhe zu wissen. Ruhe zu wissen. Dass wir sogar zwei haben. Dass wir die so wirklich brav ausnutzen die zwei. Oh nein. Das wäre sich ausgegangen. Das wäre sich sowas von ausgegangen. Bam. Bickerei. Einmal. Dann wieder die Frage. Was dürfen wir dann wieder weggeben. Weißt? Witzelkarten. Ach. Jetzt baue ich dann plötzlich zwei. Oder was. Bo Ding. Oder wie ist das. Guck mal jetzt bitte bloß noch. Bloß nicht so. Bitte komm jetzt bloß nicht so. Bitte komm jetzt bloß nicht so. Ah. Da seht man auch schon. Okay. Gut zu wissen. Ich glaube da werden wir uns ja mal für das da ersetzen. Hihihi. Ist das der Lift für die M-Einheit? Ja. Ja. Wir sollten uns das gut überlegen. Shinra soll sich schließlich richtig schön blamieren. Muss ich jetzt wie geht's wahr? Na Gott sei Dank nur eins. Perfekt. Gott sei Dank nur eins. Und da so weit kommt's ja noch. Vorher ist da noch Schnelligkeit oder Bombe. Schnelligkeit oder Bombe. Ich glaube ich war wieder für die Schnelligkeit sogar. Alter. Sogar drei von vier. Sogar drei von vier. Ja. Ja. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Wie ein Flash. Kannst du dich jetzt schon vergessen. Er macht die Speedfoss an und tschüss Papalle. Wir sind in der vergangenen Zukunft und in der Gegenwart gefickt. Boah ist perfekt. Der KV-Kern wird entsorgt. Jeeeee. Außer mit dir oder? Kleine Mühe. Was geschieht diesem Heidegger Recht? Neh, ich bin gespannt. Haben jedenfalls getan was wir konnten. Ganz genau. Das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Was wirklich so? Tiefer. Bist du bereit für die Sprengung? Ach. Jetzt schon? Okay. Machen wir mit dem Robo kurzen Prozess. Na wenn dann erst nach Roboter. Und wenn wir draußen sind. Hallo. Sonst können wir noch mit in der Luft. Büstenarisch. Das kannst du mir nicht autun. Gehen wir nur mit. Meier, Alter. Alter. Jetzt dann auch noch so ein Lixer, Alter. Bist einfach. Ich muss wieder bissl sitzen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Alter. Von wo? Von wo kommt das jetzt daher, Alter? Ist da noch irgendeine Partei dabei, was ich noch nicht gesehen hab? Ooooooh. Das ist sicher nicht schlecht. Aber jetzt in dem Augenblick nicht. Jetzt in dem Augenblick überhaupt nicht, Alter. 05 17 Am 8 4 4 5 1 05 05 05 05 05 05 05 05 05 um ein bisschen mal Mauer Bülmack die okay bringt sie nichts ja ich hätte das mit dir tiefer ja auch die Bauer an den Deporten als wir erst mal Morda Mordbüter Nur am Ausweichen! Nur am Ausweichen! Das ist ja Wahnsinn! Ha! Glaubst du wirklich? Ich will nicht wissen, wie es ausschaut geht. In einem Roboter dann! Ach der Scheiße! Na gut, ich hoffe, dass ich mich da irgendwie dann kurz ausruhen könnte. Das wär's! Gute Ausruhe-Session! Gute Ausruhe-Session wär's! Gute Ausruhe-Session wär's! Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktionen Erfolg waren! Blechklass, wir kommen! Ohne irgendwas zum Ausruhen! Alles! Was muss ich kosten? Ein paar Heiltränke! Alter Digi! Weißt du, wie lang wir da jetzt sitzen werden! Bis wir mal alle Heiltränke da ausgenutzt haben! Bruder, ich muss los! Alter, ohne Spaß! Wieso kann ich denn nicht davon mehrere gleichzeitig verwenden? Das ist so unnötig! So unnötig! So unnötig! Und wieder wir auch nicht verwenden in PS2 wieder Lost! Des Todes! Wir haben sogar das mit 10% Extra Heilung oder TP! Was ist? Der ist gleich mal auf der 28.000! Ne, ich wird schwach! Ich wird schwach! Aber das war auch bei Snow, glaub ich! Snow hat er geheißen bei Final Fantasy 13! Alter! Da hast du machen können, was du willst! Der hat immer das Doppelte an TP gehabt! Aber trotzdem ist er mein Ergang des Todes! Jedes Mal! Aber er war ja auch immer der Angreifer! Immer der typische Angreifer! Oh, fuck! M-Einheiten fehlen! Wir suchen nach einer Lösung! Beheilung! Heidegger hast warten! Ha! Noch nicht fertig! Eindringlinge! Auf Sie! Verschafft uns noch etwas Zeit! Digi! Das kann lustig werden! Das kann lustig werden! Wir brauchen noch etwas Zeit! Wir kämpfen mit allen Dingen! Das kann wirklich lustig werden! Das kann wirklich lustig werden! Immerhin haben wir es da ein bisschen einfach! Warte! 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 Mach einmal den! Bam! Der hat gesessen! So! Der hat einmal gesessen! Komm her da! Na komm her! Na mach! Mach! Oh-oh! 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 Ich hab schon was gehört! Ich hab schon was gehört! Er bewegt sich! Ja! Da stehst du schon irgendwas! Alter! Es sind schon hunderttausend Explosionen! Was ist da los? Da gibt's ja endlich! Das gibt's ja nicht! Na endlich! Leute! Komm! Wo ist die Maschine? Bin ich jetzt komplett lost oder was? Wo ist die Maschine? Wo ist die Maschine hin? Haben sie das jetzt extra versteckt vor uns oder wie ist das? Wo ist die hin? Was haben sie damit gemacht? Ach, darf ich mich jetzt für noch was extra aussuchen oder was? Wie ist dieses Robot das oder? Sie konnten ihn nicht ausreichend verstärken! Er kann also seine volle Kraft nicht entfalten! Na Gott sei Dank! Wir sollen ganz ne Siegerpose ausdenken! Ich mein der Kampf wird schließlich live übertragen! Vielleicht starten wir ja einen neuen Trend! Ohne mich! Alter! Der Kampf wird wahrscheinlich einer der heftigsten sein, die wir bis jetzt gehabt haben! Gib schon den Weg! Und der chillt auf extrem! Ach! Wie nett! Wie schön! So einen haben wir jetzt gebraucht gehabt! Na super! Aber ja! Wir brauchen ja einen kleinen Booster da! Besser gesagt! Damit wir da ein bisschen stärker werden! Na Wahnsinn! Damit wir gleich ein bisschen ein Level Up da her kriegen! Und man kann ja nicht wissen, was auf uns zukommt! Mal wieder! Hmmmm! Perfekt! Machen wir gleich einen Rounder, Alter! Was? Schocker des Tores! Einmal! Zwei Mal! Dreimal! Passt! Dann nehmen wir gleich wieder Feuer! Damit der Maier geht! Hihihi! Damit der so richtig schön Maier geht! Ja! Wenn er es überhaupt zulässt! Hahaha! Machen wir einen Schwertsturm zu allem! Zack! 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 Reduziert! Wie war das mit reduziert, Alter? Legt mich am Arsch mit reduziert! Es ist soweit! Einmal! Okay, da nicht! Ja, mach Blitz! Bis teppert, Alter! Das ist eine Fickerei dann! Bei so einem mit Blitz! Bis teppert! Direkt in die Höhle des Löwen! Hat sie Gewitter? Weil wenn wir dann eine Maschine haben, ist glaube ich Gewitter am wichtigsten! Ja! Unbedingt Gewitter dazu nehmen! Oh ja! Gewitter hat sie eigentlich! Heilen! Fast Blut! Nein! Okay! Aber wieso steht dann Tee? Aha! Okay! Gut zu wissen! Gut zu wissen! Ah ja! Interessant! Aber Hauptsache hier steht Tee drauf! Na vielleicht hat sie es früher gehabt! Das ist gar möglich sein! Und es ist dann nicht mehr geändert worden! Das könnte da auch möglich sein! Und wo sind denn die Laser? Plötzlich gibt es keine mehr oder wie? Umsetzig! Die haben vielleicht drauf geschießen jetzt ja! Auch das noch! Nein! Die finde ich gar nicht mehr so schlimm! Sie können zwar mit ihrer Fickern... Feuerattacken da relativ... Schee austeilen! Aber finde ich gar nicht mehr so schlimm! Finde ich gar nicht mehr so schlimm! Wenn es schnell genug ist... Sind die so pfickt! Ganz gute FBer und alles drum und dran! Alles da herkriegen! Finde ich gar nicht mehr so schlimm die! Aber ich fühl mich ist meine Laser! Jedes Mal ankommen! Bis zum Gehen immer! Immer geärgert! Feuerauszug! Wer ist der? Ich hoffe einmal... Dass wir davor... Das auch irgendwie mitkriegen! Hörst... Willst du wirklich da eine? Etc... Und wir können sich noch dabei vorbereiten! Das wärs! Jetzt dauert es nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause! Hä? Das ist schwierig! Ja! Marlene wartet schließlich! Bestimmt! Sogar auf Cloud! Ich freu mich schon auf die Pizza Party! Hallo? Wir haben noch ein Date? Aber jetzt wirds dann schon lang... Langsam soweit sein, glaube ich! Könnts dann schon langsam soweit sein! Wie schauts denn aus? Ah... Ist noch alles bei meinen? Bursch! Oh Gott! So Bursch! 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 Ja, wir sind einfach leer, wo... Bursch! Bursch! die Schatzkörper schöne Vorbereitung her Ebel und Unterricht Acker war so klar abzumers geaktiviert Ja, von mir aus ist kein Problem, ich wäre da jetzt da noch herumgegangen, ist ja wurscht. Okay, drei, zwei, eins. Ja, geil. Es geht ein bisschen dauern. Na, moin. Moin, immerhin beim zweiten, nein. Mir doch kommt, wir brauchen ein paar mehr Anläufe. Das wäre es, Alter. Und ich hoffe, dass wir da aneinigen. Oh ja, oh ja, unbedingt. Na. So hat sich ein bisschen Ohrscher kehrt. Ich meine, ja. Oh oh. Mehrmals? Das könnte jetzt ein lustiges Spiel werden. Wir werden so verkacken. Maximale Sicherheitsstufe auch noch. Was ist denn was von, Alter? Wir werden so verkacken. Komm jetzt, komm jetzt. Wir werden so verkacken, Alter. Was? Immerhin. 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 Zuerst einmal. Mal. Also so teppert bin ich ja auch wieder nicht. Eins, zwei. Sicherheit. Eins, zwei. Sicherheitsstufe ausgehoben. Jetzt schleier ich. Wenn jeder hilft, geht es aber noch gut. Aber ich schaffe es natürlich nicht. Wir werden alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. Eins, zwei. Schrei. Wo war das drei, Bitch? Wo war die Nummer drei? Das wird schon. Eins, zwei. Überhaupt nicht positiv mehr. Das wird schon. Yay! Du bist ja ein Versager, oder? Jetzt aber. Eins, zwei. Alter, willst du mich forschen? Soll ich warten bis 10 Zeit hat, oder was? Okay. Chill. Chill, Digi. Du scheiß Hurensohn! Es geht... Soll ich bei 2 schon aufhören? Oder wie hieß es? 2, geht schon. Goush. Goush. Einfach nur Goush. Hä? Jetzt warte ich. Sicherheit Stufe 3 aufgehoben. Absolut spitze. Uns fällt nichts auf, was? Hä? Noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. 1, 2... Alter. Sicherheitsstufe 4 aufgehoben. Entsorgungsstation und entriegelt. Alter. Ich dachte schon, das wird nie was. Aber echt mal. Mensch, Clouds. Ich dachte, du warst bei Soldat. Sowas stand nicht auf dem Lehrplan. Ach ja? Und wie war das mit dem Alleskönnen? Herr Alleskönner? Ja, ja. Ist ja schon gut. Lasst uns lieber schnell drin nachsehen. Alter. Dass ich nach 2 dann auch noch bei 4 oder 5 da noch herumdrücken muss, hat keiner erwähnt. Das hat keiner erwähnt. Alter. Da ist eine Zeit vorbeigegangen des Todes. Da kannst du mir nicht erzählen. Alter. Scheiß-Dreck-System. 1, 2... Wartest noch 10 Minuten... Und dann drückst du erst die Scheiße. Hm? Jetzt bin ich aber gespannt. Gigabombe. Kriikern. Eater. Fönix-Feder. Super-Tank. Perfekt. Ach, leck mich doch einmal. Oh, das hat sich schon ausgezahlt. Das hat sich ausgezahlt. Ich schau mir aber trotzdem mal ganz kurz die Gegenstände an. Weil, wenn wir dann im Kampf sind... Giga-Wand... Giga-Wand... Was ist das? Aus dem... Ja, kann so einen hohen Preis... Oh, verkauft werden zum Beispiel. Ja. Okay. Gut zu wissen. Das macht es auch im Verkaufen kennen und einen guten Preis, wenn wir gut einkaufen wollen. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, jetzt merkt man dann auch schon. Jetzt wird fix der Kampf kommen. Jetzt ist der Kampf safe. So, was hat man da Schönes? Wenn dann schon bei allen, oder? Einmal einkaufen. Das ist nun mal Pflicht. Mega-Dram. Gehört, dann nehme ich gleich einmal drei Stückchen. Der ist nun mal safe. Föhnix, blablabla. Behandlung, Gott. TV-Post, MP-Post. Magisch andere am Reif ist jetzt auch am Start. War jetzt nicht unbedingt. Obwohl es sicher sehr nützlich sein wäre für die Blitze. Kann man lassen. Ja, kann man lassen. Aber das auch nicht können wir verkaufen. Ab. Mit ein bisschen mehr gerechnet. Ein bisschen mehr. Einiges mehr. Wenigstens so 1500 wäre es schon aber drin gewesen. Damit du dann wenigstens gut shoppen kannst. Aber, nein, ich meine, bist du narrisch. Ach, du Scheiße. So. Na, Alter, wüsst mir forschen. Jetzt. Ich würde mal sagen, als erstes, wir können gar nichts machen. Wir haben sowieso überall nur 1, 1, 1, 1, 1. Passt, perfekt. Ja, dann tue ich auch einmal speichern. Weil man kann ja nicht wissen, bei den ganzen Kämpfen, ob wir nicht da noch richtig gefickt werden. Sowieso. Wenn wir, wenn, dann tun wir sowieso die Mission wieder. Also nicht die Mission, der Kampf. Der wird sowieso wiederholt. Also das ist kein Problem. Aber, der wird es jetzt in sich haben. Der wird es jetzt wirklich in sich haben. Und ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn ich irgendwas Seville Road mäßig ist. Sie werden. Boah, gut. Boah, gut. Boah, gut.